Es ist kein großes Geheimnis, dass auf der einen Seite ich mit den beiden sehr, sehr gerne zusammenarbeite und auf der anderen Seite, glaube ich, es ist eine gute Entscheidung vom Präsidium und vom Klub, die handelnden Personen so lange als möglich an diesem Verein zu binden, weil ich zu 100 Prozent davon überzeugt bin, dass sie für Kontinuität stehen und denke, dass das die Basis für sportlichen und auch wirtschaftlichen Erfolg ist. Und deswegen muss ich sagen, in dem Fall freuen wir uns und muss man dem FC wirklich gratulieren.